Die Ruhe täuscht. Die kleine China-Leopardin Nehama wird von Tag zu Tag wilder im Tierpark Berlin. Na du, Spatz? Was ist los, Nehama? Was ist los hier? Großes Mädchen bist du geworden, ne? Es ist jetzt 15 Wochen und von daher natürlich ein ganz großer Quirm und natürlich jetzt schon ein richtiges Raborken-Mädchen. Man sieht es also, sie braucht überhaupt nicht mehr lange zum wach werden. Dann wird getont. Am besten den ganzen Tag. Gerne auch mal mit der Kamera. In dem Alter bei Leoparden gehen wir sonst nicht mehr rein, aber die ist halt noch so umgänglich und eben auch noch besuchertauglich sozusagen. Von daher machen wir es halt noch. Solange es geht, macht ihr auch Spaß, mit der kleinen Leopardin zu spielen. Obwohl sie jetzt schon ganz schön zuzwacken kann. Also wenn sie richtig fröhlich ist, so wie sie jetzt drauf ist, sie hat schön geschlafen, sie hat vorhin Milch nochmal, sich einen Schluck Milch gegönnt bei ihrer Mutter und jetzt ist sie so richtig ausgeruht. Und da merkt man natürlich bei so einem Jungtier, naja, der Faxenklon kommt hier einfach durch, ne? Spielen, spielen, spielen und Radau machen. Und man darf bei ihr immer nicht vergessen, die Mutter ist schon ein bisschen älter und gesetzter. Von daher nimmt sie natürlich jede Gelegenheit wahr, wenn hier jemand drin ist, dass sie eben spielen kann. Ja. Röst du Quark. Und sie nimmt das natürlich auch als Übung jetzt für die Jagdtechnik zum Aus, zum richtig zum Üben. Mit ihrer Mutter kann sie das ja doch nicht so, weil die eben schon älter ist. Pass auf du. Ja, ja. Und jetzt nimmt sie uns als Übungspartner für die Jagd. Ne, Hammer! Konzentrieren, kraftsam und Angriff. Der war nicht richtig, den musst du normal machen. Was sie jetzt gerade zur Zeit sehr übt und lernt, ist dieser Dreiecksprung, den Leopard also dringend können muss als Jagdsprung. Und zwar kommt sie jetzt nachher bestimmt angerannt, springt gegen das Gitter und versucht mir in den Rücken zu springen. Also sozusagen den Feind von hinten zu erlegen. Und das beherrschst du jetzt schon ganz gut. Das ist jetzt gerade ihre Trainingsaufgabe. Aufgabe Nummer zwei ist der Direktangriff von vorne. Das war jetzt in dieser Sprung. Erst ans Gitter und dann von hinten in den Rücken. Zeit für eine Verschnaufpause. Nicht für Nehama, sondern für den Kameramann. Lamas besuchen, das heißt immer gut abschließen. Also die Tür musst du immer richtig ordentlich zumachen. Und Cornelius kann nämlich die Tür, wenn du nicht ordentlich zumachst, alleine ausmachen. Und ja, er ist schon mal spazieren gewesen, also richtig zuklinken. So, nimm mal den Süßer. Da ist er nämlich im Park spazieren gewesen und eine Kollegin musste den zurückbringen, weil wir hatten nämlich schon Feierabend gehabt. Und wenn du durch die Tür gehst, musst du ganz doll aufpassen, dass Cornelius nicht hinter dir herkommt. Der muss hier drinnen bleiben, weil der die Jungstuten noch nicht decken darf. Armer Cornelius. Von der Restfamilie ist er gleich mitgetrennt. Die sehen ganz ähnlich aus, die zwei Jungtiere. Das eine ist die Inka, die ist so ein bisschen gräulicher. Und wenn du hinten auf den Schwanz guckst, dann sieht immer aus, als wenn die hinten gepudert ist. Ganz süß. Und das andere ist ein neues Jungtier, das ist der Zardist. Da habe ich echt ewig gewartet, bis ich einen männlichen Namen mit Z vergeben konnte. Und der ist sowas von knuffelig. Eigentlich wollte ich dir ja zeigen, wie man die Lama-Anlage sauber macht, aber das muss man auch machen hier. Hey Süßer, guck mal hier. Sauber machen, das kann warten. Die jungen Lamas aber nicht. Hi Süßer, hi Süßer. Die sind so putzig. Und das ist der Lu, das ist einer von den Jungstuten, die eben nicht gedeckt werden da. Man soll sich ja anfreunden mit seiner Arbeit. Meine Süßerung, ich liebe dich. Du bist meine Süßerung. Und das klappt ganz gut. Auch bei Alexander Vietze, dem Auszubildenden. Ich würde dir vorschlagen, dass wir jetzt mal Richtung Kotplatz gehen und sauber machen. Guter Vorschlag. Finden auch die Jungtiere. In die Mitte. Let's go. Immer dabei, die Lamas. Kann doch nicht sein, dass das schon alles war mit dem Streicheln. Die Arbeit gerecht aufgeteilt. Zuständig für Fegen und Aufräumen. Alexander Vietze. Zuständig für die Gespräche mit den Lamas. Annett Kröger. Möchtest du mitfahren, Süßer? Möchtest du mitfahren? Spring auf. Spring auf. Spring auf. Hi meine Süßen. Die kleine Nehama. Bald wird die China-Leopardin ihren Vater treffen. Ein Ereignis, das gut vorbereitet werden muss. Also die Eltern, die sind jetzt auf Sicht. Die stehen schön nebeneinander. Und da ist also noch nicht ein schlimmes Wort gefallen. Die sind ganz ruhig miteinander. So, das war Denken. Das war jetzt nicht so. Und die nächsten Tage die zusammenlassen können. Und dann die Kleine eben auch mit einbauen können. Also das ist natürlich total schön. Jups. Wenn. Aua. Pass mal auf, du kleiner Racker. Erzähl hier über deine Eltern und deine Familienzusammenführung. Und du? Einfach von hinten hier Beute machen. So, das geht aber nicht, du Kleiner. Rauf und runter, du. So, jetzt habe ich dich. Genau. Jo, jo, jo. Es ist natürlich schön, so ein fröhliches Jungtier hier zu haben. Genießen wir natürlich auch. Daneben. Nochmal. Also was natürlich spannend wird, ist die kleine Verrückte mit dem doch etwas älteren Vater. Der ja doch nicht mehr ganz so flink ist. Also ob er das schafft, sie ein bisschen zur Ruhe zu kriegen. Oder ob er dann wirklich als Trampolin genommen wird. Seine Augen sagen, bitte nicht als Trampolin. Jups. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Was bei ihr eben außergewöhnlich ist, ist eben diese totale Sprungfähigkeit. Also da ist die schon wirklich total verrückt. Also so hat jeder sein Talent. Nehamas größtes Talent immer in Action. Ja. Du sollst doch nicht beißen. Das ist nicht schön. Ne. Nicht beißen. Das tut mir weh. Ich habe heute mein Fell vergessen, weißt du. Ich habe mein Fell doch heute nicht an. Mensch du. Ein Hornfrosch im Zoo Berlin. So groß sieht er nur von Namen aus. Das ist jetzt eine ganz neue Art, die erst seit kurzem zur Verfügung steht. Interessant ist auch, dass es keine Tiere aus Freie Willbahn sind, sondern es sind Tiere, die gezüchtet worden sind. Und die Weibchen werden um so circa sieben Zentimeter groß, die Männchen ungefähr fünf Zentimeter. Ich setze ihn hier mal kurz hin, das kann man noch besser betrachten, wenn er sich mal umdrehen würde vielleicht. Oder sie. Wir wissen jetzt nicht, ob es sie oder er ist. Was sie gemeinsam haben, was man hier leider nicht so gut erkennen kann jetzt, doch vielleicht jetzt, ist, dass sie auch so einen großen Mund haben. Also es sind Frösche, die einen sehr großen Mund haben und deswegen auch große Fütterbrocken fressen können. Die Tiere sind richtige Lauerjäger. Es sind also kleine Frösche, die hinter dem Fütter herrennen, also nicht auf der Jagd gehen, sondern die wirklich im Waldboden sich eine Mulde graben, wo sie sich reinsetzen. Da sieht man auch an den Farben, dass sie sehr gut getarnt sind. Also in der Laubsicht fallen die gar nicht auf. Und sobald dann ein Tierchen vorbeigehüpft kommt oder vorbeigelaufen kommt, dann machen die nur den Mund auf und mit die Zunge und dann ist das Füttertier drin und wird runtergeschluckt. Und das ist aber ein Grund wiederum, dass man sie nicht so viel füttern darf. Wenn man sie nicht so viel füttert, werden sie schnell zu fett, weil sie natürlich nur rumsitzen. Das ist also, dass man nur im Büro sitzt und keinen Sport macht. Und wir haben die Besetzten, die sind noch relativ jung, noch relativ klein, die müssen noch wachsen. Und wir werden tatsächlich versuchen, Ängter, die man nachzüchtet. Aber das ist bis jetzt noch keine Option. Man muss erstmal die groß ziehen. Das Horn des Hornfroschs ist der Zipfel über den Augen. An ihr kleines Horn. Aber Hörnchenfrosch klingt nicht gut. Ja, sie sind ein bisschen kompakt gebaut. Sie sind auch keine Springfrosche, die springen also nicht nur die Gegend, sondern die sitzen wirklich nur am Boden. Die brauchen die Hinterbeine, die sind ein bisschen kräftig dick, damit sie schön einbuddeln können, eingraben können. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob der vielleicht was essen will. Der kleine Dicksack, der ist eigentlich immer ... Man sieht, das sind keine Tiere, die hinterher rennen, also die warten eigentlich, bis es vorbei kommt. Und dann wird das erstmal festgehalten zwischen den Kiefern, wie man sieht, und dann wird das nach und nach runter geschluckt. Auch dabei wird jede überflüssige Bewegung vermieten. Wie gesagt, die Graben sind draußen, in Freie Wildbahn graben sie sich ein. Was sie jetzt bei dieser Haltung im Moment nicht können, was aber denen nicht schadet. Aber wie man sieht, versuchen sie sich trotzdem eigentlich zu graben. Ja, die bauen dann so ein kleines Zelt, weil die denken, wenn ich die nicht sehe, dann sehen sie mich auch nicht. Und deswegen werden wir erstmal gucken, ob der vielleicht noch was essen möchte. Ja, da wollen wir gucken, ob Weichkäppi einen Hunger hat. Hat er. Ist aber zu langsam. Ah, da wollte er. Wenn der Lieferservice das Essen nicht punktgenau abliefert, wird die Annahme verweigert. Wenn der Lieferservice das Essen nicht. Bloß nicht so viel bewegen, wie man sieht, ja. Also nicht so bewegen, man geht mal kurz außer Haus, sondern... Ah, doch, der hat Hunger. Und so einen großen Mund am trotzdem daneben schnappen, ist auch eine Kunst natürlich. Und so ein bisschen. Unpraktisch, wenn das Essen schneller ist als der Esser. Nicht so schnell schlucken. Geschluckt wird mit dem Augapfel. Damit drückt der Hornfrosch die Mahlzeit nach unten. Das geht mit rechts, oder links, oder weiten Augen. Die Ruhe täuscht. Zwei Babys haben die Gelada-Gruppe in Aufruhr versetzt. Heute, als Familientherapeut unterwegs, funktioniert Dr. Andreas Pauli. Nicht, dass ich jetzt einen treffe. Das sind die ersten zwei Jungtiere, die hochkommen von dem neuen Mann. Die hatten schon mal ein Jungtier, das nur drei Wochen alt geworden ist. Und das sind die ersten, die hochkommen. Wobei die beide von rangniederen jungen Weibchen sind. Da gab es am Anfang ein bisschen Probleme. Weil die alten Weibchen stehen hoch in der Rangordnung. Und haben dann versucht, oder haben auch, zumindest in einem Fall, die Jungtiere gekidnappt. Sodass wir immer aufpassen mussten, wo das Jungtier bei welcher Mutter das ist oder bei welchem Weibchen. Und einmal mussten wir sogar die Räuberin praktisch in Narkose legen, Jungtier abpflücken und dann wieder der richtigen Mutter zugeben. Wenn die Jungtiere bei der falschen Mutter sind, fühlen die sich geborgen. Und die fangen auch nicht an zu jammern. Selbst wenn sie Hunger haben. Das ist etwas eigentümlich an Geladas. Und wenn man da nicht einschreitet, dann verhungert das Jungtier praktisch während es beim anderen Weibchen sitzt. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, die beiden Jungtiere sind Ende letzten Jahres geboren. Und das Beste daran ist, dass es zwei Weibchen sind. Es ist leider immer noch so, dass so ein bisschen Spannungen noch in der Gruppe herrschen. Also der Mann hat sie noch nicht so ganz im Griff. Die Weibchen. Die alten Frauen hetzen natürlich auch immer. Es ist immer dieser ständige Kinderneid. Als nur ein Jungtier da war, war es relativ kritisch über die Situation. Da muss man wirklich immer ein Auge drauf haben, ob das Jungtier auch bei der Mutter sitzt. Und seitdem das zweite da ist, hat es sich eigentlich ein bisschen entspannt. Relativ gut entspannt, muss man sagen. Das ist auch bei dem Kid-Tapping. Die kommen dann auch gar nicht drauf, sich das Kind zurückzuholen. Selbst wenn sie es wollten, wollen sie vor der Rangenhöhe und dann Schiss haben. Der Mann mischt sich in die Rangenordnung der Weibchen eigentlich nicht ein. Und wenn er dazwischen geht, kriegt er meistens eine ab. Das ist genau die Situation. Jetzt hat er eine angegriffen, es sind direkt zwei Weibchen an ihm dran. Die auf ihn losgehen und Schach halten. Aufgeheizte Stimmung. Nicht nur innerhalb der Gruppe. Jemandem zeigen, dass er nicht erwünscht ist, das können die Geladas. Ja, das war ein Drohgeste eben, was wir da gesehen haben. Drohgeste erst mal und dann das mit dem Wasser war ein Imponiergeharre mir gegenüber. Das ist unser Revier und wir lassen hier keinen rein, sozusagen. Geht in Ordnung, solange die Kinder gut versorgt sind. So, ich komme jetzt mal auf die Anlage zu euch. Ihr braucht da keine Angst haben. Alles ist gut. Ich will euch mal Wasserbecken fertig machen. Ist ja gut. Bleibt mal schön zusammen. So ist fein. Na? Michael Horns Beschwichtigungsversuche bei den Rotunden nur mäßig erfolgreich. Ist ja gut. Fein macht ihr das. Tarek, werd doch mal ruhiger. Bruder Tarek ist nervös. Die Jungtiere beschützen, das ist sein Job. Ist ja nun für uns auch völlig Neuland, weil wir auf dieser Anlage das erste Mal Nachwuchs bei den Rothunden haben. Das sind ja asiatische Rothunde. Die werden auch nicht so wahnsinnig viel gehalten in Deutschland. Und im Moment glaube ich auch keine aktive Zucht. Und die Tiere haben wir ja jetzt seit zwei Jahren. Und jetzt haben wir unsere kleinen Scheißer hier. Es waren fünf Junge. Ein Junges ist gestorben nach knapp anderthalb Monaten. Und die haben es aber gut geschafft. Und entwickeln sich eigentlich prächtig. Ganz anders als Michael Horns Beliebtheit. Nun bin ich auch mal derjenige, der sozusagen Böses bringt. Ich habe dann meistens den Tierarzt im Schlepptau, wenn wir sie dann mal behandeln müssen oder entwohmen müssen oder impfen müssen. Und dazu mussten sie dann ab einem gewissen Alter auch gekeschert werden. Und bei den Alten ist es halt so, wir mussten dieses Jahr eine langwierige Behandlung machen, weil unsere Tiere sich alle die Räude eingefangen haben durch die Füchse, die hier wild leben. Und da haben die ziemlich viel Fell verloren und da mussten wir langfristig eine Behandlung durchführen und das mehrmals wiederholen. Und dazu mussten die Alten eben auch gekeschert werden. Und wenn ich jetzt hier runtergehe, dann werden sie erstmal hier langschnüffeln. Deswegen gehe ich jetzt noch eine Runde über die Anlage mal, damit sie ein bisschen meinen Fußgeruch noch haben und nochmal wahrnehmen, Ah, der ist jetzt wieder öfter auf der Anlage. Bisher kennen sie das aus den letzten Wochen und Monaten nur von hinten. Ja, so ist fein. Viel interessanter für die Kleinen als Michael Horns Füße, der Swimmingpool. Das finden sie schon spannend, was da passiert. Das ist schon seit längerem so, eigentlich seit von Anfang an, dass die Frauen oftmals attackiert werden. Also meine Kolleginnen von Tarek, der meint hier den dicken Maxen machen zu müssen. Und bei mir hauen sie eigentlich gleich ab. Und das war natürlich die erste Zeit, er ist ein hervorragender Vater. Sehr schön zu sehen, dass der die verteidigt hat, die Familie. Dass er also wirklich hier genau abgeschirmt hat und mitgelaufen ist, richtig Patrouille gelaufen ist. Das war so schlimm teilweise, wenn ich schon da hinten mit dem Fahrrad gekommen bin und hier vorne lang, dass der dann keifend aus irgendeiner Ecke angerannt kam und mich hier verbellen wollte. Also die große Liebe zwischen uns ist es halt nicht. Aber seinen Nachwuchs liebt Tarek umso mehr. Die Storchenkuppel im Tierpark. Von denen weltweit 19 Storchenarten sind viele bedroht. Auf eines ihrer Paare ist die Anna Grungor besonders stolz. Das sind unsere Sattelstörche. Eine wunderschöne Großstorchart. Wunderbar bunt, sehr groß leuchtende Farben im Prinzip. Haben wunderschönen Brustfleck, der nachher in der Balz noch besonders zum Vorschein kommt. Wenn die also in ihre Balztänze machen und dieses Imponiergehabe machen und wunderschön die Flügel auffächern sozusagen und die Brust rausstecken, dann kommt dieser rote Fleck so richtig zur Geltung. Dann werde ich mal jetzt zu der Lagune gehen und ein paar Meerwürmer verfüttern und mal schauen, ob wir alle zusammen noch bekommen. Keine Storche, sondern Perlhöhner. Wollen wir mal schauen, ob der Rest auch kommt. Na komm. Sehr schön. Natürlich für die Besucher auch immer sehr schön zu sehen, dass solche großen Störche nicht nur Küken und Mäuse fressen und Fisch, sondern auch durchaus sich von Insekten ernähren und auch sehr gerne die Mehlwürmer fressen und nehmen. Mit den großen Schnäbeln, die kleinen Würmer, ist natürlich sehr lustig zu sehen. Die schmeißen die in die Luft und fangen den auf, weil der ziemlich klein ist und das können sie so nicht abschlucken. Das machen sie mit anderen Futtertieren auch, dass sie im Prinzip die Futtertiere fangen, in die Luft schmeißen und dann abschlucken. Die haben im ersten oberen Drittel ihres Schnabels hier oben diese gelben, wunderschöne Färbung und die ist im Prinzip geformt wie ein Sattel und deswegen heißt der Sattelstorch. Allerdings ist das Weibchen etwas kleiner wie das Männchen und hat gelbe Augen und das Männchen hat braune Augen. Unsere Stammbesucher haben uns zur Fußball-WM unserer Männer angesprochen und haben gesagt, dass es eigentlich keine afrikanischen Störche sind, sondern eigentlich doch Deutschlandstörche, weil die Färbung der Schnäbel natürlich auf unsere Flagge hindeutet, schwarz-rot-gold. Und es bringt dann schon einen zum Schmunzeln, weil man natürlich solche Feinheiten nicht mehr wahrnimmt, wie die Besucher sie noch wahrnehmen. Und wenn man natürlich so angesprochen wird, kommt es schon einem Schmunzeln nahe, obwohl dann natürlich die Fragen, ob die vielleicht auch die Tore hervorsagen können oder ob man da irgendwas machen kann, natürlich nicht relevant ist. Also in der Hinsicht können wir unsere Störche nicht manipulieren oder zu irgendwas zwingen. Da reicht ja auch, dass die Störche die Babys bringen. Das Uraken soll mal andere übernehmen. Hallo. Ja, sag mal. Kurator Andreas Pauli, sehr beliebt bei der Mohren-Maki-Mutter. Schnell. Der Vater hat es da schwerer. Ja, die ist immer noch ziemlich akkur. Schuld daran, Lenny. Man sieht, er wächst und gedeiht, ne? Ja, willst du auch was essen? Komm her. Seit der Kleine an Mamas Fell hängt, ist Papa total abgemeldet. Ja, ja, ist ja gut. Wenn ich die mir jetzt nicht zuwerfen würde da unten, da wird er gar nichts kriegen. Bald hüpft auch Lenny auf seine Schultern. Naja, das fängt jetzt so langsam an, vielleicht nur ein, zwei Wochen. Dann spielt der richtig rum, denke ich mal. Da wird wohl keine Angst, ne? Das kann man schon streicheln, dann machen wir das tun. Hier. Das klären wir nie, ne? Ich kenne es ja auch nicht anders. Aber der Papa, der kennt es anders und hofft darauf, dass bald wieder Normalität in der Maki-Familie einkehrt. Bis dahin hält er eben Abstand. Ja, versuch mal. Mhm. Aber fängt so langsam an, ne? Ja. Die Zähne sind auch schon schön da. Haben wir hier Karotte? Karotte. Und jetzt lassen wir mal die an. Noch ein bisschen groß. Nicht, dass es dich verschluckst. Aber so langsam. Interessiert er sich auch fürs Futter. Steine, Pflanzen, Fische. Alles da im Atlantikbecken. Neuerdings auch der Seegang. Hier haben wir also unser Nord- und Ost-Atlantikbecken. Hier haben wir eine Steinkante nachempfunden. Da sollen sich die Wellen brechen, so ein bisschen wie am Strand. Die Welle machen wir künstlich oben mit einer Wellenanlage. Das ist neu. Und man kann hier an den Algen ganz schön sehen, wie das hin und her wabert. Es gibt also eine richtig schöne Bewegung im Becken. Das kennt jeder, wenn er im Meer steht und die Wellen immer an einem zerren, dann hat man immer ein bisschen zu tun. Also die Muskeln spannen sich automatisch. Als wenn man in so einem stillen See steht. Da ist dann gar nichts. Und genauso geht es den Fischen. Die müssen dann ein bisschen gegenarbeiten gegen die Wellen. Und das fördert die Muskelarbeit. Und es entsteht einfach mehr Bewegung in den Becken. Die haben ein bisschen mehr zu tun. Und somit wird ein bisschen Lebensqualität geschaffen wieder für die Fische. Bei so einem Gesellschaftsbecken ist es halt immer problematisch mit dem Füttern ein bisschen. Weil die Fische verschiedene Ansprüche haben und einige Lauerjäger sind, so wie die Drachenköpfe zum Beispiel. Und andere sind halt im Freiwasser unterwegs und sind ganz schnell und fressen den anderen alles weg. Deswegen müssen wir mal gucken, weil wir hier heute ein paar neue Drachenköpfe oder Meersauen, werden die auch genannt, bekommen haben, ob die auch ans Futter rangehen. Eigentlich ist es umgekehrt. Das Futter muss an die Meersau ran. Die Fische machen dann nur noch das Maul auf. Wie gesagt, das sind Lauerjäger. Die schwimmen also nicht aktiv hinterm Futter her. Wenn die das Maul aufreißen, dann saugen die quasi die Beute ein. Das sind also Fische, die zu den Skorpionsfischen gehören. Die haben am Körper ganz viel Stacheln oben am Rücken und am Kopf auch ganz viel. Dann haben sie so Hautfortsätze, dass sie sich anpassen an den Lebensraum, dass sie nicht gleich gesehen werden. Und diese Stacheln, die müssen sich ja auch selber schützen, dass die nicht gefressen werden. Dann haben die halt Gift in den Stacheln und das Gift ist nicht ganz ohne. Man muss vorsichtig sein. Es kann also schon gefährlich werden für den Menschen. Alles neu bei den Polarwölfen. Neuer Rudelführer. Neuer Nachwuchs ist unterwegs. Und auszubildende Elisabeth ist ebenfalls neu. So, dann stell mal hin die Karte. Dann komm mal her. Das sind dann so ein paar Verhaltensregeln, die man beachten muss bei Wölfen. Also ich persönlich würde sie niemals ans Gesicht lassen, weil der ist zwar nicht so, man sieht es ja auch, er leckt jetzt nur die Hand. Aber im Gesicht ist schon so, dass wenn der sich erschreckt und du dich erschreckst oder irgendwas Unverheerendgesehenes geschehen ist, dass dann die Nase einfach ab ist und es einfach mal nicht schön aussieht. Das ist jetzt hier der Viktor. Der ist vom letzten Jahr ein Junges. Die sind von den zwei jungen Weibchen, die wir bekommen haben. Und der, siehst du ja, ist ziemlich zutraulich geworden, obwohl wir ihn gar nicht per Hand aufgezogen haben. Hinter dir ist der Rudelführer, der Pelle. Und wenn dir irgendwas zu doll wird an ihm, wenn er dich zu sehr bedrängt, dann einfach aufstehen und auf ihn zugehen. Dann bist du gleich wieder groß und bedrohlich und dann hört er darauf. Noch größer und noch bedrohlicher, Braunbären City. Die Nachbarin im Auge behalten, das gehört zu Pelles Aufgaben als neuer Alpharöde. Falko ist leider verstorben. Ja, und seitdem ist Pelle der alleinige Rudelführer. Aber er ist sehr aufmerksam und passt gut auf. Und wenn man sieht, wie er da jetzt steht, mit einer Bürste und allem drum und dran. City ist für ihn eine Bedrohung gerade. Für ihn und sein Rudel und seinen Jungen. Aber er hat es auch nie leicht gehabt. Er war eigentlich grundsätzlich immer der Prügelknabe bis dato. Jetzt wo er oben ist, muss er halt auch oben bleiben. Beide Weibchen sind schwanger. Da sind wir dann auch gespannt. Normalerweise wäre das ja so, dass sich die Weibchen untereinander, also Abmachung Bär sozusagen gedeckt wird. Und die andere verhindert, dass die zweite gedeckt wird. In dem Fall sind beide gedeckt worden. Jetzt wird sich zeigen, wie das ist in der Höhle, ob sie sich da auch noch gut verstehen. Also da ist es ja auch, dass die Leitwölfin normalerweise von dem zweiten Weibchen die Jungen töten würde. Und wenn die sich da jetzt auch noch einig sind, dann kommen hier einfach mal zehn bis zwölf Junge raus. Und dann wäre das schon ein ganz schöner Gau, sage ich mal. So, dann werden wir mal weiter sauber machen. Ey, lass doch mal schön, dass da alles voll geslabbert hier. Das wäre auch für Markus Rottke eine große Sache. Ein doppelter Polarwolfjahrgang. Es gibt Tiere, da passen Name und Aussehen perfekt zusammen. Da haben wir noch natürlich die Plattfische hier unten. Die vergraben sich halt, dann gucken auch nur die Augen raus. Manchmal liegen sie aber auch nur drauf. Aber die können extrem sich anpassen an den Lebensraum und verschiedene Farben annehmen. Also ein bisschen so wie ein Chamäleon. Nicht die einzige Besonderheit der Plattfische. Die sehen ulkig aus, weil die Augen halt oben auf dem Kopf sind. Wenn sie kleine Larven sind, schwimmen sie ganz normal wie ein Fisch durchs Wasser. Dann haben sie also hier und hier ein Auge. Und dann so ein Zentimeter, anderthalb Zentimetern wandert halt dieses Auge nach links rüber. Und dann haben sie hier vorne die beiden Augen plus Nasenlöcher. Manche Organe sind aber auch sesshaft. Der Mund bleibt und das Gehirn auch. Das Gehirn wandert nicht rum. Das bleibt so wie es vorher ist. Wenn die fressen, dann liegen die auf dem Sand und wenn was vorbeikommt, dann gehen die nach oben, schnappen es durch ihr riesen Maul und dann wird man gleich sehen. Fisch Nummer eins schmeckt. Nummer zwei, nein danke. In den Plattfischmagen passt heute nur eine Portion. Vielleicht morgen wieder. Jemand anderes wird sich darum kümmern. Das Atlantikbecken hat viele Bewohner. Der langsamste hier in dem Becken ist der Hummer natürlich, weil die kommen nachts erst raus in der Natur, wenn es dunkel wird. Und dann suchen sie die ganze Gegend ab, das ganze Revier. Die können das also mit den Antennen aufnehmen, die Geruchspartikel, und suchen dann die ganze Gegend ab, ob nicht irgendwo ein toter Fisch liegt. Und dann sammeln diese das ein. Die haben ja auch Kraft mit ihren Scheren, können ja auch Muschelnknacken auseinandernehmen. Und dadurch, dass der so langsam ist und ihm die anderen Fische hier, die schnellen Köhler und der Dorsch, der hier drin ist, dadurch, dass die so schnell sind, muss man den halt mit der Stange oder mit dem Stock füttern. Wenn er es erstmal hat in seinen kräftigen Scheren, dann kann ihm das auch keiner mehr wegnehmen. Dann behält er das auch. Und dann haben wir das kleine Petermännchen, der vergräbt sich auch im Sand. Da guckt nur der Kopf raus und wenn dann eine kleine Garnele oder ein kleines Fischchen vorbeikommt, hier ist er gerade, dann kommt er schnell raus und frisst es und dann vergräbt er sich sofort wieder. Dieser Vertreter ist gefährlich, nicht nur für Fische. Die sind giftig, das tut weh. Hier hinten ist der Giftstachel auf dem Rücken, den kann er aufstellen. Und wenn man da rauftritt oder reintritt, dann sind das Schmerzen, aber er ist jetzt nicht tödlich oder so. Das Plumplory Liebespaar. Wir wollen heute mal probieren, habe ich auch noch nie probiert, hier so ein geflochtener Holzball. Da werden wir mal ein paar Heuschrecken reinmachen und mal gucken, ob die da rauskrabbeln und die Plumplorys, also soll für die Plumplorys ein bisschen Beschäftigung sein, ob die da rauskrabbeln oder so. Die kommen ja sofort wieder raus. Ich habe gehofft, die haben ein bisschen Angst. Ich glaube, das muss ich schnell machen. Schnell, das beschreibt ziemlich genau, was Plumplorys nicht sind. Plumpli. Hey. Hey, komm mal her. Was ist denn los? Komm her. Beute machen. Dazu muss man entweder fix sein oder so langsam, dass die Beute einen nicht wahrnimmt. Wie immer entscheidet sich der Plumplorimann für die zweite Möglichkeit. Guck mal, hier läuft das Wasser da schon im Mund zusammen. Mario Größer und der Plumplorys sind alte Freunde. Das Mitbringsel irgendwie spannend. Aber wofür es gut ist, gar nicht so einfach, das herauszufinden. Mario Größer muss dem Plumplorys auf die Spanne helfen. Komm mal hoch. Guck mal hier. 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 Und jetzt gucken wir mal hier. Hier drin was zu popeln. Das ist ja jetzt zu blöd, hier rumzupopeln. Jetzt häng ich das mal hier hin. Da sind alle drin. Komm mal hoch, komm mal hoch. Da ist er. Schnell wieder Blitz. Das ist gut, guck mal. Na also, Geduld und Heuschrecken, die braucht man bei Plumploris. Das Mitbringsel hätte nicht unbedingt sein müssen. Die Kugel habe ich ja noch nie hier ausprobiert. Und eben war ja nicht sehr erfolgreich. Ich werde es mal am normalen Tag, wenn das Filmteam nicht da ist, machen. Und dann können wir sehen, ob es besser ist oder ob es für die Fax ist. Nicht die einzige schwere Geburt bei den beiden. Der Nachwuchs bleibt ein Wunsch. Ich habe schon Deckakte gesehen und die harmonieren wunderbar. Aber ein Kind ist noch nicht da. Und vielleicht werden wir wirklich sowas nie mit dem Bein ebenfalls erleben, weil das halt zwei verschiedene Unterarten sind. Die Rentiere bekommen Besuch. Der hat leider nur Futter dabei und keine Klimaanlage. Das ist natürlich heute sehr heiß. Und das meiste werden sie natürlich nachher erst mal vertilgen, wenn es dann kühler wird. Geht uns ja genauso, dass man bei so großer Hitze nicht so einen Appetit hat. So Kinder, kommt mal. Der Trog auf dem Boden ist für die Kleinen. Doch die haben mehr Durst als Hunger. So, wir haben ja jetzt hier fünf Jungtiere. Und da muss man dann auch zusehen, dass man das Futter so weit verteilt, dass alle was abbekommen. Dann haben wir hier Haferflocken angereichert mit Mineralstoffen und Leinsamen. Man sieht ja auch, dass sie jetzt noch Winterfell drauf haben. Also dieses Leinsamen unterstützt auch Fellwechsel dann. Für den Moment sieht es sehr viel aus, aber morgen früh ist davon nichts mehr übrig, ist alles weg. Und das muss auch so sein. Trotz Hitze, Sommerzeit ist Essenszeit. Also in der Natur fressen sie jetzt auch ohne Ende. Der Tag ist sehr lang, also fast im hohen Norden fast 24 Stunden hell. Und so lange sind die auch am Fressen, nur mit kurzen Ruhephasen unterbrochen. Denn das brauchen sie auch. Die müssen sich für den Winter ordentlich eine Speckschicht anfressen, denn der ist ja sehr lang und hart dort oben. Und da können sie dann nicht sehr viel Futter finden. Das müssen sich dann unterm Schnee freikratzen, ja, das bisschen, was sie da finden. Das brauchen sie hier eigentlich nicht bei uns, weil wir ja auch im Winter ordentlich füttern. Und dann vorwiegend Heu haben wir hier so ein besonderes aus dem Schwarzwald, also besonders feines Heu. Denn so grobes Heu können sie auch nicht fressen, denn die haben nur ganz kleine Mausezähnchen, also die können das gar nicht richtig zerkauen. Das Hauptproblem ist nach wie vor die Hitze. Das kann Marina Fanke nicht lösen, aber lindern. Zum Glück haben wir hier auf der Anlage sehr viele Bäume, dass sie sich dann im Schatten ablegen können. Aber trotzdem oftmals hecheln sie dann mit offenem Maul. Und deswegen haben wir hier bei Temperaturen, wenn dann über 30 Grad sind, stellen wir dann hier den Rasensprenger auf, dass der eben noch zusätzlich ein bisschen Kühle verschafft. Und auf diesem feuchten Boden, wenn man sich da ablegt, ist es ja doch kühler als auf dem trockenen, heißen Boden. Wir hatten mal einen Bullen, der hat sich richtig untergestellt, hat sich nass regen lassen. Für den war es ein Genuss. Aber hier unsere jetzt, die huschen nur mal kurz durch, um sich abzukühlen. Was sie auch gerne machen, dann in diese Pfützen, die sich so leicht bilden, mit den Füßen rein. Das kühlt dann auch noch zusätzlich, dass sie dann ihre Temperatur ein bisschen runterkühlen können. Aber man sieht hier auch der Kleine, wie der hechelt. Also das ist für die doch schon ganz schön warm. Der pumpt wie ein Maikäfer. Das ist aber auch direkt schwül. Also ich hoffe, dass bald eine Abkühlung kommt. Vom Nichtstun schwitze ich schon. Ja, also das ist Wahnsinn heute. Da hätte jeder gern eine kühlende Dusche. Von wegen hässlicher Entlein. Die kükende Kosko-Oberschwäne. Ebenso süß, wie die Eltern aggressiv. Geh mal ein Stück, Schnicke. Geh mal ein Stück. Ach, ist ja gut. Hey, hey, hey. Die sind jetzt etwas über eine Woche auf anderthalb ungefähr. Na, du kannst meckern, ne? Ja. Wir haben jetzt ein Chip gesetzt, was man bei allen Tieren ja macht. Ja. Und eine Federprobe genommen, eine DNA. Es wird in ein Labor geschickt. Und danach erfahren wir ein paar Tage das Ergebnis. Das ist halt auch die einzige Schwanenart, die ihre Küken, ihre Kleinen nicht auf dem Rücken trägt. Ja. Ja, alle anderen tragen sie auf dem Rücken. Sieht man hier bei den Höckerschwanen am besten, die heimischen. Ja, die klappen die Kleinen auf dem Rücken. Und damit schwimmt es halt mit denen los. Das machen die nicht, weil die die kleinste Art ist, die Kosko-Oberschwäne. Und natürlich auch ein Argument, da noch mehr aufzupassen. Denn die Küken im letzten Jahr sind leider den Kallen zum Opfer gefallen. Oh, jetzt lass ich mal wieder runter, ne? Hey, 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 hey. Jetzt ist doch mal gut. Jetzt habt ihr sie wieder. Du Frechdachs. Wenn ihr euch mal draußen drum kümmern würdet, so. Aber bei ihm kenne ich das ganz genau. Er ist dann wieder draußen. So aggressiv wie er hier ist, macht er da dann nämlich gar nichts und schwimmt schön, ja. Und jagt alle anderen weg, bloß nicht die, die weg müssen eigentlich. Das ist ein Doofer, ist das. Das Gelände ist mit einem Netz überspannt. Somit ist die Gefahr für die Küken dieses Jahr gebannt. Erst wenn sie groß genug sind, dürfen die Küken nach draußen. Ha 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 Ha! Ha 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 Ha! der